Hast du schon gedacht, ich hab's vergessen, ma? Hast du dein Witzchen gelernt? Das möchte ich mal bitte hören. Danke für meine Arbeit, Stella. Was ist denn das? Ja, kannst du mir mal erklären, was jetzt hier soll? Was wird denn mit dem Mikrofon hier veranstaltet? Jetzt ist die B-Schaft 1, du hast 1, das ist ja gar keinen Sinn hier. Das ist eine Panne. Das ist eine Panne. Ich möchte einmal in meinem Leben was machen, wo ich nicht eine Panne ist. Das geht jetzt nur auf die Pumpe. Das liegt mir so viel an, das macht irgendwann Pumpe, dann bin ich weg. Dann platzt mir die Halsfahrt auf. Mann, 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 Mann. Mann. Schau in das Licht, Carol Ann. Bitte? Schau in das Licht, Carol Ann. Was soll Licht? Was soll das denn? Ich schlaufe hier lang, dumm-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dann kommt ein Idiot vorbei und sagt, gibt mein Licht, was soll das denn? Schau in das verdammte Licht, Carol Ann. Aber nicht in dem Ton. Ich bin wirklich jemand, mit mir kann man Spaß haben. Ich bin für jeden schauber nackt zu arm. Aber der Ton macht die Mose. Was ist denn? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin das Böse. Ich bin böse. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Mann, ich schreibe mir gleich in den Temp. Und äh... Wie lange sind Sie schon böse? Tausend Jahre. Tausend Jahre. Am Stück. Mann, oh Mann, oh Mann. Hat der Böse gerade gelacht? Kann ich sein? Kann ich sein? Ja. Ja, ja, ja. Na, da muss das Böse mal aufpassen, dass das keinen Stress bekommt. Stell mal vor, das macht die Runde. Ich hör schon, wie die Leute tuscheln. Hast du gehört? Die Böse hat mir lacht. Na, kann der Böse seinen Job verlieren? Dann lebt der Böse bereits von Hartz IV. Ich kann, wenn ich will, auch richtig böse werden. Ich kann, wenn ich will. Wenn ich will, wenn ich nicht will, will ich ja nicht. Wenn ich will, kann ich richtig böse werden. Abgrundtief-Böse. Bitterböse. Bitter, 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 böse. Manchmal, da bin ich so böse. Da gehe ich einfach mit Sacken ins Bett.